Oh, Filge weg. Na gut. Moin Leute, ich bin dort, aber dann unterwerft euch mir und nun kommt WhatsApp. Yeah! Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback, YouTube News mit Mr. Trashpack, Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt, das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Ausgabe von WhatsApp. Schön, dass ihr den Weg alle hierher gefunden habt. Die Jungs von Whitey, die sind für den Bravo-Otto nominiert. Bis zum 24.01. könnt ihr noch voten, ich weiß, das ist nicht mehr sehr lange. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß es aber schon. Ein bisschen länger, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und Whitey, die Jungs, ich wünsche euch ganz viel Glück beim Gewinnen des Bravo-Otto. So gut wie jeder Kanal, der auf YouTube-Videos macht, hat mittlerweile die Möglichkeit, seine Videos zu monetarisieren. Das bedeutet, er kann Werbung auf seine Videos schalten. Es stellen sich allerdings auch immer wieder viele Fragen zu den Einnahmen, zum Beispiel, muss ich sie anmelden, beziehungsweise ab wann muss ich sie anmelden und muss ich ein Gewerber anmelden. Diese Fragen und vieles mehr hat der gute Kommentorio beantwortet in einem Video, welches kurz, aber doch ausführlich geworden ist. Und das solltet ihr euch alle anschauen. Link in der Videobeschreibung. Denn wenn ihr Geld mit YouTube verdienen wollt und ein bisschen mehr verdient oder ganz wenig, ist ja egal, dann ist es auf jeden Fall eine super Information und die bekommt ihr unten in der Videobeschreibung. Wahre Fans wissen es bereits, der gute iBlali hat einen neuen Kanal aufgemacht. Und zwar nennt er sich BlaBlog. Und was kommt da drauf? Richtig, es kommen Vlogs drauf, zum Teil random. Allerdings können auch richtig coole Schnurrgestücke mit dabei sein. Und deswegen schaut auf jeden Fall mal rauf, der Kanal hat innerhalb von 24 Stunden über 10.000 Abonnenten bekommen. Was auf jeden Fall eine Leistung ist, wo man aber sagt, okay, Ali hat ja schon über 100.000 Abonnenten, ist es nicht mehr sowas Besonderes. Trotzdem, jeder der es noch nicht weiß und wissen will, was der gute Herr Viktor sonst so im Leben treibt, der schaut auf jeden Fall mal vorbei. Link in der, richtig, Videobeschreibung. Der Winterwoche geht diese Woche an, den guten Maniac Meint. Aber warum? Hat er irgendwas Besonderes gemacht? Nein, er ist einfach unglaublich awesome und hat einen Vergleich zu dem super wenig Aufruf und das ist super schade. Und deswegen, hey, schaut euch seine Videos an. Im neuen Video zum Beispiel hat er Marshall von How I Met Your Mother drin. Das ist kein Spaß, er hat ein Interview geführt mit den Mappels und da spielt er auch mit. Und deswegen, schaut euch an, es lohnt sich. Der gute Maniac Meint rules. Oh yeah. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Es gibt erste Infos zum Videoday 2012 und zwar wird dieser am 17. August 2012 stattfinden. Das ist dieses Mal ein Freitag und kein Samstag aus einem ganz bestimmten Grund, denn der Videoday würde dazu führen, dass die Messe erneut geschlossen werden muss. Und das will man dieses Mal verhindern. Zudem bekommen wir dieses Jahr eine ganze eigene Halle. Es ist no joke, eine ganze Halle nur für uns YouTube-Sparten. Es lohnt sich, unglaublich dahin zu kommen. 17. August 2012, unglaublich. Zudem wird es wahrscheinlich Kombi-Tickets geben. Das bedeutet, es gibt disparate Tickets für den Videoday. Allerdings kann man diese auch in Zusammenkunft mit einem Gamescom-Ticket kaufen. Der Verkauf, der Vorverkauf geht am April los. Informiert euch also lieber, ob ihr jetzt nur für den Videoday oder für die Gamescom kommt. So genau ist es auch noch nicht klar, was sich da so abspielen wird. Auf jeden Fall wird es super interessant. Weitere Infos folgen, wenn es welche gibt. Natürlich, wie soll es anders sein, auch im Monat Dezember konnte sich YouTube weiterhin an der Spitze der Videoportale halten. Mit ganzen 183 Millionen Zuschauern alleine in den USA. Diese gucken übrigens im Durchschnitt im Monat 23,5 Stunden. Das bedeutet, jeder User guckt im Monat. Und einen Tag YouTube, allein in den USA, wurden im Dezember 43,5 Milliarden Videos abgespielt. Kurzfilmfreunde, aufgepasst, es gibt mal wieder einen neuen Video-Wettbewerb und zwar auf YouTube. Und zwar, mit dieser Airline hat YouTube sich zusammengetan und die 10 besten Kurzfilme werden eingeladen zu den Filmfestspielen nach Venedig. Ein Kurzfilm darf nicht länger als 15 Minuten sein, allerdings das Genre könnt ihr euch alleine auswählen. Der gewinnende Gewinner, der dieses Event gewinnt, gewinnt 500.000 US-Dollar. Wer sich mehr darüber erlesen möchte, der klickt unten in der Videobeschreibung. Jo, und da sind wir auch schon wieder beim Kanal der Woche angekommen. Und diese Woche geht der Kanal der Woche an, CoverBrainTV. Das ist der gute Pascal und er hat eine Behinderung und er hat schon mal einen Blog gemacht darüber, weil er damit so gut umgeht und so was. Und das hat ihm aber irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Und jetzt hat er sich überlegt, hey, ich mache jetzt YouTube-Videos und ich finde die ersten schon mal sehr geil. Und es lohnt sich wirklich, weil es ist einfach eine coole Persönlichkeit. Link in der Videobeschreibung, hier oben klicken, abonnieren, weileinen, gucken und dabei sein. Es lohnt sich wirklich saugeil. Grüßt euch, ähm, endlich. Jetzt ist mir das Ende, so wie man so schön sagt. Bevor wir jetzt aber aufhören, noch meine kleine Sache. Ich habe es lange nicht mehr erklärt, aber ich halte es für notwendig. Denn der Win und Fail der Woche, ja, ganz wichtig beim Fail der Woche, der Fail der Woche soll lediglich zeigen und lediglich meine ich nur, ja, zeigen, was bei einem Kanal die Woche über nicht gut gelaufen ist. Es kann sein, dass ein Kanal tausende von Abos verliert, weil irgendwie ein Video schlecht ist oder den Leuten das nicht mehr gefällt. Das bedeutet ja aber nicht, dass diese Person oder der Kanal scheiße ist, sondern nur, dass etwas nicht gut gelaufen ist. Und genau das soll der Fail der Woche aussagen und nicht, hey, diese Person ist scheiße. Gut, wunderbar, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ähm, dann verabschiede ich mich, verbreite dieses Video auf, äh, ich will auf Facebook, Google+, äh, schickt es an eure Freunde weiter, geht mir da oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert diesen Kanal, wenn nicht. Shit happens, sage ich immer. Deswegen, äh, bis dann, haut rein. Eine grandiose YouTube-Woche, schaut euch nicht so viel Blödsinn an und ganz viel Spaß. Nächste Woche kommt übrigens eine etwas andere Ausgabe von WhatsApp, aber ich denke, sie wird unglaublich episch und geil, von daher freut mich schon mal drauf. Wir sehen uns, bis dann, euer Phil, bye. Ich habe jetzt auch ein Müffelstück.